Liebe Zuschauer von KTV, am Vorabend der Frühjahrsbischofskonferenz, Sonntag, 26. Februar, 18.30 Uhr, überträgt KTV live die Heilige Messe aus St. Pantaleon in Köln. Die Initiative Beten für Bischöfe lädt herzlich zu Mitfeiern und zum Mitbeten ein, denn die deutschen katholischen Orts- und Weihbischöfe treffen sich vom 27. Februar bis zum 2. März in Dresden zur Frühjahrsvollversammlung, um über viele aktuelle Themen der Kirche zu beraten. Schalten Sie ein und feiern und beten Sie mit zur Freude des Herrn. Sonntag, 26. Februar, 18.30 Uhr, live aus Köln, die Heilige Messe mit Dr. Andreas Kuhlmann aus St. Pantaleon in Köln.